Ein persönliches Wort an den Leser. Es ist eine Freude, dass Sie sich fürs Glücklichsein interessieren. Alle Menschen möchten eigentlich glücklich sein, aber sie gehören zu den wenigen, die sich dessen auch bewusst sind. Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie viele wichtige Erkenntnisse bereits gemacht haben und nun weiter suchen. Ich hoffe, dass Sie in diesem Buch finden werden, was Sie suchen und mehr. Glücklichsein und Freude sind wunderbare Dinge, durch die Sie Ihrem Leben ein völlig neues Zentrum und eine neue Richtung geben können. Je mehr wir davon wahrnehmen und hervorbringen, desto schöner, freier, erfüllender und fruchtbarer wird es, weiterzugehen und weiterzuwachsen in eine offene, weite Zukunft. Ich selbst habe diesen Weg 1974 begonnen und meditiere seither unter direkter Anleitung von Sri Chinmoy. Was in diesen 40 Jahren geschehen ist, würde eine Reihe von Büchern füllen und doch ist schon alles in fünf Worten gesagt. Ich bin unbändig glücklich geworden. Ich glaube nicht, dass mich noch irgendetwas davon abhalten kann, in der Meditation jeden Tag zutiefst glücklich zu sein. Und ich kann beobachten, dass es mir gelingt, im äußeren Leben auch unter intensiver Belastung immer schneller wieder zu einer völlig unbeschwerten Fröhlichkeit zurückzufinden. Doch das ist noch lange nicht das Ende, ganz im Gegenteil. Damit hat das Leben eigentlich erst richtig angefangen. Ich kann nur noch dankbar staunen, wie es unaufhörlich weitergeht, in alle Richtungen, in alle Dimensionen und jenseits davon. Dieses Buch ist selbst ein Beispiel davon. Sri Chinmoy's Werk von über 1600 Büchern ist ein unerschöpflicher Schatz, aus dem wir dieses Buch zusammengestellt haben. Ich danke allen, die dabei mitgewirkt haben. Wir wollten erst nur ein kleines Bändchen mit den schönsten Worten Sri Chinmoy's über Glücklichsein zusammenstellen. Wir haben dann viel, viel mehr gefunden als erwartet. Dabei enthält das vorliegende Buch noch lange nicht alle Texte Sri Chinmoy's zu diesem Thema. Wenn Sie seine Bücher lesen, werden Sie dieses Buch als Ausgangspunkt sehen lernen, von dem aus Sie noch viele Ausflüge ins Land des Glücklichseins machen können. Dieses Buch bringt uns einen noch nie dagewesenen Einblick in das reiche und reife, innere Leben eines Erleuchteten, eines Menschen, der mit der Gottverwirklichung ein unendliches Bewusstsein erlangt hat. Dieses höchste Ziel, bewusst eins zu werden mit unserer Quelle, ist in den Augens Sri Chinmoy's das Geburtsrecht jedes Menschen. Aber was erfährt man dort? Lohnt sich die Mühe, die spirituelle Reise anzutreten? Wir legen Ihnen nun diesen großen und bisher unbekannten Schatz in die Hand und wünschen Ihnen beim Entdecken viel Freude. Das Buch ist aufgebaut wie ein Studiengang über Glücklichsein. Die ersten drei Kapitel enthalten viele Informationen, die unsere Vorstellungen über Freude und Glücklichsein klären und erweitern. Im Kapitel 4 finden wir eine Reihe praktischer Übungen, die uns in eigene Erlebnisse führen und mit denen wir je nach Situation in die Lage kommen, unsere Gemütslage oder besser gesagt unser Bewusstsein zu verbessern. In den Kapiteln 5 und 6 finden wir ein Blumenfeld voller Meditationstexte, aus denen wir große Kraft schöpfen und mit denen wir über lange Zeit an unserem Fortschritt arbeiten können. Im Kapitel 7 schließlich erfahren wir die höchsten Zusammenhänge, wie sie nur von einem verwirklichten und sehr erfahrenen spirituellen Meister so klar und gültig dargestellt werden können. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Buch viele Leser zur praktischen Arbeit an sich selbst inspirieren wird. Damit ihre Anstrengungen aber auch fruchtbar werden, empfehle ich Ihnen, einen Meditationsgrundkurs in einem Sri Chinmoy Center zu besuchen, der Ihnen in etwa vier Abenden die nötigen Kenntnisse vermittelt. Diese Kurse sind kostenlos und sehr inspirierend. Informationen zu Meditationskursen finden Sie im Anhang auf der letzten Seite des Buches.